Komm, hier hast du. Den hast du. Press Start to Play. Viel Spaß mit diesem Video. Wir haben hier noch einen Platz. Aber wir haben hier noch einen Platz. Aber, ja... Nein, das ist nicht alles strong. Klar, ja. Ich kann heran, ja, das war knapp. Ja... Das ist richtig nah am Schacht. Ja, knapp am Schacht. Ich glaube, das ist auch eine Idee. Ja, klar. Ah, jetzt zieht es noch mehr. Na, fein. Ah, es ist so zurückgefallen. Kade. Aber versuche ich. Okay. Oh, komm, kannst du... Nee, ah. Ja, komm, kannst du... Ja, komm, kannst du... Für den Bären. Löffel rein. Ah, jetzt aber, jetzt aber. Und hier... Da bleibst du doch lieber am Kopf, dann fällt er rein. Nein. Ich müsste in den. Wenn ich dann am Kopf reife und er reinfahre, wenn ich an die Nase komme, dann nicht reife. Also, guck mal, kann ich in den Schacht reifen. Zeit ablaufen? Geht nicht dann. 3 Tage später Diese Mickey Maus liegt relativ nah am Schaft. Wir gucken mal, ob wir sie reinwerfen können. Ich hoffe, dass sie sich gerade gut dreht. Das müsste eigentlich klappen. Einmal um sich. Ja, den hast du. Ja, nice. Das ist toll. Ich gehe mit dem Tüte holen. Ja, mit dem ersten Versuch, Leute. Auf jeden Fall ein nicer Win. Guck mal, er muss halt mal so einen Weihnachtsmutzer aufsetzen. Aber der Mitarbeiter in den anderen Stamm muss sich als Mario verkleiden. Der ist halt Unternaß. Ja. Ja, den müsstest du haben mit dem ersten. Ja, ganz wie sie. Okay Leute, wir gucken jetzt mal mit diesem Hund, was das ist. Wir gucken jetzt mal. Ja. 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 Ich meine, die müssen die ja eigentlich auch jetzt ausspielen. Weil nach Weihnachten sind die, glaube ich, nicht mehr so. Ja, das war's. Ja, du warst mit dem anderen Ding dran. Oh, die sind immer strong. Du könntest den theoretisch, wenn du jetzt greifst wahrscheinlich, ist er dann näher am Schaft. Du musst den jetzt halt am Kopf greifen. Ja, dann machen wir das mal. Ja, das ist geil. Mit der Tüte war auch ein Stammertuch. So, alter. Ja, aber schön. Ja, komm. Jetzt ist er da. Jetzt einmal am Kopf, dann fällt er gleich mit Glück schon rein. So? Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ich kann's nicht. Ach, Swing. Ich muss halt an den Hals kommen, so. Weil, nur am Kopf rutscht, glaube ich, ab. Ja, du warst jetzt einmal am Mist. Oder vielleicht kommt... Nein, zweit links. Eine Spiegelütze hab ich noch. Ein Geton. Schau mal. Das ist falsch. Brake Dancer, Aspen Air. Du bist in den Teil drin von dem... Nein! Komm. Der ist richtig gut, Jim. Perfekt. Der ist... Nein! Schade. Ja, der ist... Alter! Äh, ja. Warte, ich gebe... Danke. Und da mit dem F, Leute. Und da ist. Komm, gucken, ob wir den Fußball-Menü holen können. Wenn er den direkt irgendwie hereinkippt, vielleicht. Wir probieren's mal. Komm, dreh dich richtig. Komm, vielleicht... Alter! Alter! Sieht aber nah da. Wir werfen rein... Nein! Ich bochte den jetzt rein. Ah, ja. Ich hatte den Klima noch nicht. Der liegt zwar richtig nah, aber... Mit Swing höchstens. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, ja, ja. Hey, ich find's schön, dass die keine anderen haben. Ja, der Look-Up-Profit ist hier mal so'n Dings-Bär. So'n... Hangar Weihnachts-Zauber-Bär. Ja, es war knapp. Probier doch mal den, der liegt feier da im Shop. Ja. Hoffen wir auch nicht. Weiß ich nicht. Du weißt, was der Feier liebt, als die anderen. Du weißt, was der Feier liebt, als die anderen. Nein, nein, nein. Das Ding ist zu dumm. Versuch's nicht, das zu dumm. Was ist die da? Ja. Ah, fast. Oh, nicht, wenn du am Hals kommst. Soll ich da am Hals kommen? Ja, einfach am Hals. Das Paird ist bei denen nicht hoch, die wollen ja auch loswerden, dass die Besucher so einen Bär haben von ihr. Weiß ich, ja probier mal. Du musst ja nur um den Hals kommen. Ja, perfekt. Ja, nein, wie knapp. Weiß ich nicht. Ja, aber du bist am Kopf hängen, wie man den Ding. Ich nigger mich, am Schacht nicht, aber komm, hier hast du, den hast du. Nice. Oh, ja, ist gut. Probier den roten da hinten, da kommst du am besten runter. Das ist kein rot. Was ist das? Pink. Ah. Jetzt. Oh. Oh, da hast du mir jetzt gut rumgefunden. Ne. Ne. Da komm jetzt aber. Hm. Oh. Ne, Junge. Ich probier. Ach so, ne, die ist mir runter, warte. Wenn die fertig sind. Ich hab noch mal so'n, ähm, auf dem Weihnachts-Zauber auf. Er wird probier, sich nur an den beiden Füßen zu breiten. Ah, gestabt. Schade. Der hat er gestabt, den müssen wir dann abprobieren. Ist da besser? Wir müssen dann gegen einen von denen, wo die die Weihnachtsmutze abgerissen hat. Ne, ich hab den. Ich hab Beile. Ich hab jetzt mal, dass wir jetzt um den Hals kommen. Ja, sind wir genau nicht. Komm. Ja, komm, den hast du. Ja. Alter! Genief! Sie waren going. Ja, komm jetzt nochmal. Oh Mann, wie Scheiße hat er sich gedreht. Das war nicht so gut. Ja gut, ich muss den nochmal. Ja, wie komisch dritt ist denn? Digga. Oh, jetzt mach doch einmal am Hals. Jetzt nicht am Hals. Na ja, ich weiß nicht. Hals heißt auch nicht gleich, dass er einen reinbruch. Jetzt hier hinten. Schauen wir mal. Ja, ich bin echt gut. Ja, ich bin echt gut. Okay. Wow! Mal gucken wir mal, wie die Kalle den jetzt weist. Jetzt ist es nicht halt so, dass man den irgendwie nur glatter reifen kann oder wie Oh, der ist unten. Ah, das ist aber ein bisschen. Ja, probier mal. Probier mal. Herr Lokomann, könnt diesen einen mit dem Badeteil auch voll. Mit dem Badeding da auch voll easy. Ja, komm. Schade. Ja, warte. Ich hab überlegt, aber der geht halt nicht mehr, weil der jetzt so steht. Ja. Ja, lol. Komm, wir hatten irgendwie minimal gezogen. Jetzt kann man ihm da reifen. Alter. Jetzt nicht. Alter. Nein, er sucht uns auch Brot. Ja. Alter, jetzt. Ja, du. Digga. Okay, jetzt zieht er wenigstens recht neben dem Tag. So, das ist schon klar. Digga. 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 Ja, Mann. Ja, Mann. Digga. Auch die Geilige Mindermusik. Ich würde es nicht. Nein, ich würde ihn nicht. Oh, das ist ja, Mann. Ich würde ihn nicht. Es ist ja, Mann. 오, das ist ja. Ja, Mann. Ich würde ihn nicht einfach nur nicht Чисising. Ich würde ihn nicht mehr. Ich würde ihn nicht mehr anerbly anerี่inen. Untertitelung des ZDF, 2020